Das hier ist der Bergrücken. Ihr seht selbst, der ist himmelig aberodiert. Das hier sind die Reste. Dieser Bachlauf durchkreuzt den Bergrücken und hier oben geht's weiter. Und das hier ist Granit und das hier ist Gabro. Und der Gabro sitzt auf dem Granit drauf und hier zwischen befindet sich das Gold. Und zwar genau da. Und das hier ist das Gold daraus. Und das hier ist das Gold daraus.